Schwarz-Gelb sind unsere Farben hier, wir alle stehen hinter dir, HCP! Ciao, ich bin Tommaso Traversa von HC Pustertal. Wir aspettieren Giovedi gegen den Zenamsee alle 8 Uhr. Ciao! Und am Donnerstag bietet HC Pustertal die Zivilschutz-Hockey-Nike. Das Ganze als Dankeschön für die Unterstützung beim Wetterchaos und Stromausfall an alle Zivilschützer. Alle aktiven Mitglieder im Zivilschutz, Feuerwehr, Weißes Kreuz, Bergrettung und so weiter dürfen das Spiel um einen Euro anschauen. Und der HCP wird natürlich diesen Erlös einem guten Zweck zuführen. Ich hoffe, dass seid alle dabei. Wir sehen uns am Donnerstag um 20 Uhr. HCP HCP Schwarz-Gelb sind unsere Farben hier, wir alle stehen hinter dir. HCP HCP Eeeh